Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unserer Challenge, wieder mit einem einzelnen Spiel, was ihr natürlich, wie auch so ziemlich alle anderen Spiele, die wir spielen, natürlich auch selbst nachspielen könnt. Heute der Akinator. Für die, die es nicht kennen, zuerst mal ganz kurz vorstellen, wer überhaupt. Ich bin der Becken Orange und natürlich mit mir ist hier auch der Shadowrunner. Hallo Shadow. Hallöchen. Und das da ist der Akinator. Genau, das ist, ihr seht da den Akinator, wir machen das Ganze bezüglich unserer 5 Jahre History of Gaming Challenge. Ja, der Akinator, wer ihn nicht kennt, man gibt ihm, also man denkt an einen Namen und der Akinator stellt einen Fragen. Shadow und ich haben jeweils drei Namen uns ausgedacht. Da sagt Shadow auch sicherlich gleich was zu und die treten immer einzeln gegeneinander an, sozusagen. Gleich fängt Shadow wahrscheinlich an und dann kommt mein erster und der, bei dem der Akinator mehr Fragen bekommt, auch um den Namen zu erraten, kriegt einen Punkt. Und wer nach drei Runden am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Beim Gleichstand ist er zur Not noch. Du hast gesagt, wer bei dem er schneller drauf, also auf jeden Fall. Ja, also entweder ich habe es falsch gehört oder du hast es falsch erzählt. Aber letztendlich, man bekommt einen Punkt, wenn der Akinator länger braucht. Und wer das öfter schafft. Eine Frage habe ich noch, die haben wir gerade in unserer radiosen Vorbeschreibung natürlich vergessen. Sagen wir den Leuten, die es gucken, vor dem Begriff oder sollen sie mitraten? Und du blendest es nur kurz ein, immer. Ist natürlich eine Variante. Wird natürlich lustig, wenn wir dann drüber reden. Das war, weil wir dürfen ja drüber reden. Der Akinator hört uns nicht. Wir müssen auch noch nicht eintippen. Wird schwer. Also ich würde gerne schon oft drüber reden, ohne immer daran denken zu müssen, den Namen nicht zu nennen. Von daher werden wir was sagen. Ich starte einfach schon mal den Akinator. Drücke auf Spielen. So. Dann kann man halt Fragen sehen. Und wir fangen mal mit meiner ersten Figur an. Der Bacon hat für den Fall der Fälle Wikipedia-Artikel offen. Ich nicht, weil ich nehme auf. Und meine erste Figur, die der Akinator erraten muss, ist Christoph Kolumbus. Und man hat immer fünf Antwortmöglichkeiten. Ja, nein, ich weiß nicht, wahrscheinlich oder wahrscheinlich nicht. Und wir müssen da immer übereinstimmen, dass wir da auf eine Antwort kommen. Und Christoph Kolumbus, würde ich ein Ja geben? Lies mir auch immer noch mal die Frage vor, weil ich sehe ja nicht, dass du siehst. Hatte ich das nicht gesagt. Hat deine Figur wirklich existiert? Achso, ja. Ist ein Ja. Spricht deine Figur Deutsch? Ich glaube eher nicht. Nein. Nein. Lateinisch wahrscheinlich, spanisch, portugiesisch, italienisch, aber nicht deutsch. Ja, zumindest nicht fließen, vielleicht kann er berucken. Hat deine Figur mit Musik zu tun? Das ist ein Nein. Ist deine Figur älter als 40? Wie alt ist der geworden? Ich glaube schon älter als 40. Der ist 55 geworden, wenn ich das richtig sage. Vielleicht 54. Das müssten wir jetzt sagen. Eigentlich Nein, weil er tot ist. Aber es ist wahrscheinlich gemeint, wie alt Tote geworden sind. Ja. Also ein Ja. Gut. Ist deine Figur bereits tot? Ja. Das ist ebenfalls ein Ja. Ja. Zählt für die Anzahl der Fragen mit? Die ist links eingeblendet. Ich versuche mal, das zu merken, wenn es irgendwann gelöst wurde. Ist deine Figur schon länger als 100 Jahre tot? Ja. Ja. Eindeutig. Befehligte deine Figur eine Armee? Oh, das ist eine Armee? Ja. Ich glaube nicht, ne? Das ist eine Forschung. Eigentlich war der ja nur mit so 100, mit vielleicht mit deinen drei Schiffen und vielleicht 100 Leuten unterwegs. Aber war der irgendwie General oder war der wirklich nur Forscher? Ja, er war ja mehr Entdecker. Eigentlich wollte er den, ich würde jetzt sagen, ne. Wahrscheinlich nicht? Wahrscheinlich nicht. Ja. Kommt deine Figur aus Europa? Ja. Das ist korrekt. Der war Portugiese? Äh, Italiener. Italiener, ja. War aber für die Portugiesel und schon vorhin unterwegs. Ah, deswegen vielleicht. Also, ja. Und vor allem hat er für die Spanier. Kommt deine, kommt deine Figur aus Italien? Ja. Das ist eine Ja, das ist Frage 9. Ich glaube, es geht schnell die Hände entgegen. Ja. Ähm. Bist du Christoph von Lunders? Ne, die Frage habe ich jetzt nicht erwartet. Hattest du mit deiner Figur schon mal Sex? Was? Wahrscheinlich nicht. Nein. Also, ich, nein. Ich verstehe es nicht. Gut. Hat deine Figur zur Zeit der Römer gelebt? Nein. Nein. Das wäre echt krass. Oh, jetzt kommt er wieder in die richtige Richtung. Ist deine Figur ein Entdeckungsreisender oder Abenteurer? Ja. Das ist ein Ja. Das ist Frage 12. Hat deine Figur Kinder? Äh, ich weiß nicht. Ich gucke mal eben kurz. Ich verstehe den Akinator nicht, die Gedankensprünge. Moment. Äh, wo? Hat er eine Armee? Hattest du schon mal Sex mit ihr? Äh, finde ich jetzt nicht direkt was zu. Äh. Sagen wir, ich weiß nicht dann? Ja, ich weiß nicht, würde ich dann nehmen. Ich möchte auch so meinen dritten Charakter noch ändern. Ich nehme was Leichteres. Okay. Hat deine Figur etwas mit Indianern zu tun? Mit Indianern? Ja. Ja, weil der kann da an. War deine Figur schon mal verschollen? Wäre mir jetzt nichts bekannt. Nee, würde ich jetzt auch sagen, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Trägt ein Film den Namen deiner Figur als Titel? Bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Es gibt sicherlich einen Film Christopher Columbus. Ja, ja. Bin ich auch so sicher, dass ich fast sogar Ja sagen würde und nicht wahrscheinlich. Ja. Es gibt einen Film Christopher Columbus. Oh, es ist gelöst. Und jetzt die Frage wird jetzt... Das werde ich in der Postproduktion rauskriegen. Es war 15 oder 16. Er hat jetzt erraten, Christopher Columbus. Ja. Es gibt einige Filme, wie Christopher Columbus oder Columbus oder ähnliches heißen. Ich hoffe mal, dass du jetzt nicht 15 oder 16 brauchst, weil dann müsste ich in der Nachproduktion schauen, wer gewonnen hat. Ich sage ihm aber, ich habe recht. Prima. Und dann spielen wir doch eine weitere Runde. Ja, kann man sagen. Und was hast du dir ausgedacht? Willi Lemke, dem ehemaligen Fußballmanager. Teilweise war er in Bremen auch in der Politik zuständig und macht mittlerweile noch ganz viel sozialen Kram. Okay. Ich werde jetzt bei den Fragen immer die Nummer davor sagen, die leider halt nach dem Lösen nicht mehr angezeigt wird. Und Frage 1. Ist deine Figur ein erwachsener Mann? Ja. Ja. Ist deine Figur bereits tot? Nein. Nein. Ist deine... Ist deine Figur älter als 40? Ja. Ja. Lebt deine Figur in Amerika? Nein. 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 Frage 4 war das. Wohnt deine Figur... Frage 5. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja. Ist deine Figur berühmt? Frage 6. B-Promi wahrscheinlich? Ich würde sagen... Ja, der war schon... Oder ja. Also damals war er schon sehr... Gerade als er noch in der sportlichen Funktion tätig war, war er sehr berühmt. Gerade mit seinem Streit und mal mit den Bayern und so. Also letztendlich alles, was man dem Akinator sagt, ist letztendlich berühmt, ne? Ja, ich meine, muss ja schon irgendwie bekannt sein. Gut. Frage 7. Hat deine Figur in Star Wars mitgespielt? Nein. Er hatte doch am Anfang... Wurde gefragt nach Real? Ja, ne? Nee, wurde nicht. Achso, Schauspieler, ja. Okay. Also, nein. Frage 8. Hat deine Figur selbst Lieder geschrieben? Ich glaube nicht. Da war der mal irgendwann mal so ein Weltmeister, lalala, aber die haben ja keine geschrieben, ne? Ja, nee. Das würde ich auch sagen, nein. Gut. Frage 9. Ist deine Figur in der Politik? Das ist auch ein Nein. Ey, ich stopp. Oder ich hab da irgendwas, vielleicht ist er jetzt irgendwie... Er war mal in der Politik. Die Frage ist Ist. Okay, Ist, dann nein. Weil er war in Bremen, Senat für Bildung und Wissenschaft und auch mal Senat für Inneres und Sport. Wir kommen jetzt aber in die richtige Richtung mit Frage 10. Hat deine Figur etwas mit Sport zu tun? Ja. Jawohl. Hat deine Figur bei Bayern München gespielt? Nein. Ist deine... Frage 12. Ist deine Figur dank der Fußballwelt berühmt? Ja. Ja. Frage 13. Ist deine Figur ein Trainer? Nein. Frage 14. Lebt deine Figur in Hamburg? Soweit ich weiß, geht da immer noch in Bremen. Und das steht jetzt hier auch nicht wirklich drin. Es steht ja meistens nur, wo die geboren und gestorben sind. Also nein. Außerdem, das würde nicht gehen. Das ist immer noch ein Aufsichtsrat bei Werder. Also dann darfst du nicht in Hamburg kommen. Gut, ich glaube, wir kommen leider wieder weit weg. Frage 15. Stammt deine Figur aus Portugal? Nein. Nein. Frage 16. Kann man deine Figur oft sehen? Macht er da bei Doppelpass und so mit? Oder Grombacher schlacht mich tot? Ganz selten vielleicht. Also ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Okay. Hat deine Figur, Frage 17, für die deutsche Fußballnationalmannschaft gespielt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Soweit ich weiß, war der sportlich nie so aktiv. Also der war... Okay. Frage 18. Lebt deine Figur in Nordrhein-Westfalen? Nein. Äh, nein. Ist deine Figur ein Fußballspieler? Frage 19. Also er war kein... Gespielt hat er doch, ne? Nee. Meiner Meinung nach hat er nie professionell gespielt. Wofür ist denn er überhaupt bekannt? Er war Sportmanager bei Werder. Quasi Werders Uli Hoeneß. Nur ohne die ganzen illegalen Sachen. Zumindest unbekannt, ja. Gut, dann ein Nein. Er war aber Doppelagent für den KGB. Und Verfassungsschutz. Okay. Natürlich. So, jetzt habe ich ein Problem. Die Frage 20, also du hast eh schon gewonnen, aber finde ich jetzt interessant, wohnt deine Figur im selben Bundesland wie du? Jetzt weiß ich nicht, ob der Akinator eventuell über IP rausfindet, wo ich bin. Sagen wir da, soll ich deswegen sicherheitshalber ein Nein jetzt machen? Auch wenn du im selben Bundesland lebst? Ich weiß halt nicht, wie der Akinator funktioniert in dem Sinne. Ich weiß das auch nicht. Also, da gebe ich dir vollkommen recht. Ohne die Hintergrundinfo ist das schwer. Also, aus meiner Sicht würde ich natürlich sagen, ja, weil ich glaube, dass wir die Lämpfe immer noch in Bremen wohnen. Oder in Bremen. Ja, aber das kann der Akinator... Was kann der Akinator... Ich muss jetzt eigentlich Nein sagen, ne? Sicherheitshalber. Also, du hast die Runde ja die erste eh schon gewonnen. Lebt deine Figur in München? Nein. Nein. Ist deine Figur älter als 60 Jahre? Definitiv. War deine Figur bei Deutschland sucht den Superstar 2017 dabei? Also, habe ich nicht gesehen, aber ich bin mir ganz sicher. Betreibt deine Figur eine Kampfkunstsport? Nein. Also, heute ist er verwirrt, glaube ich. Hat deine Figur schwarzes Haar? Grau? Ja, ziemlich grau. Also, nein. Gut. Du bekommst zwei Punkte. Der Akinator hat gesagt, das ist Martin Kind. Nein. Aber es ging ja, muss man einfach mal sagen, recht nah. Also, Martin Kind, Vorstand Hannover 96, der Mensch, der die 50-plus-1-Regel in Deutschland kippen will und deswegen nicht gerade beliebt bei den Fußballfans ist, ist schon, finde ich, recht nah dran, aber knapp daneben. Jetzt habe ich ja gesagt, weiterspielen, aber braucht man nicht. Jetzt habe ich Zock gemacht, jetzt sind wir wieder auf der Startseite. Das heißt, du führst jetzt mit zwei Punkten, sprich, wir haben ja gesagt, ein Best of Three, sprich, nur wenn er bei der zweiten Runde bei mir es nicht erraten würde, hätte ich noch eine Chance aufzuholen. Aber, nee, wenn er dich schneller errät, wenn er mich schneller errät als dich, würdest du ja einen Punkt kriegen, dann würdest du zwei zu einschlingen. Dann könnten wir ja auch noch einen Unentschieden haben. Okay. Und dann müssen wir zur Not halt ein Deathmatch machen, ein spontan jemand überleben. Würdest du auch noch was aufhören. Fangen wir aber doch in der zweiten Runde einfach mal an mit deinem. Genau, das ist Lukas Podolski, ein Fußballer, also komm, den muss der Akinator jetzt kennen. Hoffe ich doch mal. Ja. Dann fangen wir doch einmal an mit Frage 1. Ist deine Figur weiblich? Nein. Nein. Eine sehr gute erste Frage. Ist deine Figur männlich? Ja. Frage verschwendet. Sehr schön. Ja, das finde ich total gut. Hat deine Figur mit Musik zu tun? Nein. Wohl, der hat mal mit Schweinsteiger zusammen was gesungen nach Musik. Echt? Das haben die gemacht? Ja, ja, aber nein. Die haben alle was zusammengesungen. Wohnt deine Figur in Deutschland? Der lebt aktuell in Japan? Genau, der lebt aktuell in Japan, weil er für Fissel-Küre in Japan spielt. Ja, gut, dann ist das ein Nein. Und dort spielt er mit einem richtig guten spanischen Fußballer zusammen. Komm ich gerade nicht auf den Namen. Gefällt mir gleich wahrscheinlich an. Ja. Frage 5. Total unmöglich. Ist deine Figur ein Tier? Nein. Genau. Andre Iniesta ist das zum Beispiel. Ehemaliger spanischer Wettbewerb. Das ist ein Tier? Ach so, okay. Ja, das ist auch ein Tier, Andre Iniesta. Frage 6. Hat deine Figur wirklich existiert? Ja. Jawohl. Frage 7. Ist deine Figur älter als 40? So alt ist er noch nicht. Nein, so alt ist er noch nicht. Der ist 85 geboren, der ist 33. Sprich deine Figur Deutsch, Assi-Deutsch? Ja. Frage 9. Ist deine Figur dank der Fußballwelt berühmt? Ja. Ja. Frage 10. Hat deine Figur für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gespielt? Ja. Jawohl. Hat deine Figur schon mal bei Real Madrid gespielt? Das wäre mir neu. Nein, hat er nicht. Frage 12. Ist deine Figur Torwart? Nein. Nein. Frage 13. Kann deine Figur gut singen? Wahrscheinlich nicht. Das ist nett ausgedrückt. Gut. Frage 14. Hat deine Figur viele Locken? Ich glaube, ich gebe es nein. Ich hatte kurze Haare. Ja. Frage 15. Hat deine Figur Kinder? Ich glaube. War jetzt Wikipedia das? Die haben gemeinsam Sohn und eine Tochter. Ja. Mhm. Ich stelle ich mein Glas wieder weg. Ist ein Ja. Das war Frage 15. Frage 16. Ist deine Figur mit Logo befreundet? Wer ist Logo? Ist ein Nein. Also das ist auch kein Spitzball. Wäre es jetzt mit Schweini. Hätte ich gewusst. Aber Logo ist, glaube ich, weit weg. Frage 17. Ach, der Akinator, der lässt mich heute im Stich. Ja. Ist deine Figur Bildhauer? Wir waren doch schon bei Fußball. Es ist ein Nein. Vielleicht gab es ja bekannte Fußball, die auch Bildhauer waren. Ich glaube nicht. Oh, ich glaube, wir sind nah dran. 18. Kommt deine Figur aus Köln? Ja. Ja. Ja, also eigentlich kommt er aus Polen. Aber sagen wir mal, man kennt ihn aus Köln. Es ist gelöst mit 18 Fragen. Schreibe ich mir kurz auf. Das heißt, ich muss jetzt hoffen, dass Mike Morhaime länger braucht. Sag mir erst mal, ich habe recht. Stimme für das beste Bild. Ja. War eine Worte gespeichert. Danke. So. Spielen. Und dann gehen wir auf Mike Morhaime. Und die erste Frage ist, spricht deine Figur Deutsch? Nein. Ich gehe mal von Nein aus. Frage 2. Ist deine Figur... Bitte? Müsstest du das nicht wissen? Müssten wir das nicht sogar beide wissen? Ich habe es immer auf Englisch gemacht. Von daher... Ja. Sagen wir mal Nein. Ja. Frage 2. Ist deine Figur ein Fußballspieler? Das ist auch ein Nein. Merkt er sich irgendwie... Hat er eine Historie, was man bisher hatte? Könnte ich mir vorstellen, dass er zumindest... Ja. Frage 3. Ist deine Figur älter als 30? Jawohl. Frage 4. Ist deine Figur aus den USA? Richtig. Da geht das schon in die richtige Richtung. Das ist ein Ja. Frage 5. Ist deine Figur ein Politiker? Nein. Ist Nein. Wohl vielleicht wird es, weil er ist jetzt ja bei Blizzard vor kurzer Zeit, wenn das ja läuft, vor ein paar Monaten, ist er als Chef zurückgetreten. Ich glaube aber nicht, dass er politische Ambitionen hatte. Man weiß es ja nicht. Ich meine, es gibt so viele Leute, die Politiker geworden sind, wo man von mir dachte, die wären sicherlich nie Politiker. Gerade in den USA. Ja, das stimmt. Da fände ich ihn sogar schon besser. Um einiges, glaube ich. Wir wissen nicht, wie er politisch drauf ist, aber wahrscheinlich schon. Ja. Alles ist wahrscheinlich besser. Frage 6. Ist deine Figur bereits tot? Nein. Das ist ein Nein. Zum Zeitpunkt der Aufnahme definitiv nicht. Hoffen wir mal, dass es noch so ein bisschen so bleibt. Frage 7. Hat deine Figur etwas mit Sport zu tun? Das ist ein Nein. Ich hätte sagen können, ja. Okay, mit eSports, ne? Aber er meint es wahrscheinlich anders. Spielt deine Figur in einer Fernsehserie? Frage 8. Das ist ein Nein. Er hat mal bei Tabletop mitgespielt. Also mit Will Beaton, aber das ist ja so gesehen. Da hat er sich selber... In der Serie heißt es, er muss wirklich ein Seriencharakter oder sowas sein, die mehrfach aufgetreten ist. Nicht, weil man einmal... Sonst bin ich auch ein Serienschauspieler. Ja, sind wir beide. Frage 9. Ist ein bisschen tricky. Ist deine Figur durchs Kino bekannt? Ich würde trotzdem ein Nein geben, trotz des Warcraft-Movies, ne? Ja, da kommt ein Warcraft-Movie ja nicht vor. Ja, ne? CEO, aber... Ja. Frage 10. Ist deine Figur im Musikbereich tätig? Nö. Frage 11. Ist deine Figur männlich? Jawohl. Frage 12. Hat deine Figur etwas mit Technologie zu tun? Würde ich sagen, ja. Die Entwicklung ist Technologie. Ja. Geht er wahrscheinlich jetzt erstmal in Richtung Apple, aber ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Das ist Frage 12. Frage 13. Hat deine Figur etwas mit Autos zu tun? Da wollte er wohl in Richtung Tetzla gehen. Das ist ein Nein. Frage 14. Hat deine Figur etwas mit Microsoft zu tun? Nö. Oh, jetzt willst du... Och, ich glaube, du wirst die Runde gewinnen. Frage 15. Hat deine Figur etwas mit Spielen zu tun? Ja. Ja, aber komm, da gibt es so viele. Also da könntest du genauso gut an John Kahn, ne? Oder sowas. Okay, jetzt ist er wohl doch mal auf meiner Seite. Frage 16. Lebt deine Figur wirklich? Ja. Ja. Das ist eine super Frage. Frage 17. Trägt die Figur eine Brille? Nein. Nein. Frage 18. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Nein. Das ist ein Nein. Ich meine, die Videos, die YouTube-Videos von ihm waren immer sehr unterhaltsam. Aber... Ja. Damit werde ich die Runde schon gewonnen haben. Wir hoffen natürlich, dass er falsch rät. Ich kann ja auch sagen, genau. Zwei Punkte und so. Frage 19. Hat deine Figur etwas mit Nintendo zu tun? Nein. Letztendlich Diablo 3 ist jetzt auf den Switch rausgekommen. Aber ich würde Nein geben. Und eigentlich wurde, ja, also ich würde sagen, mit Nintendo zu tun heißt, wirklich für Nintendo gearbeitet haben. Weil du könntest genau so gut sagen, du hast zwei Kings erschienen damals auch für das NES. Äh, super NES. Aber ich würde sagen, nein. Ja, okay. Nein. Trägt deine Figur ein Bart? Nein. Das ist ein Nein. Ich sehe auch gerade das Foto, da trägt er keinen Bart. Ist deine Figur älter als 35? Ja. Ja. Hatten wir nicht schon die Frage? Hatten wir älter als 30, glaube ich nur. Ist deine Figur Manager? Tja, eigentlich nicht, ne? Ja, aber also, du musst ja immer, wo der Datenfeld von Akinator, das ist halt, beim Akinator ist er ein amerikanischer Unternehmer und ein Mitbegründer des kalifornischen Videospiels und Entwicklers Blizzard Entertainment. Dementsprechend würde ich sagen, ja, er ist ein Manager. Weil, sind wir mal ehrlich, zum Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, ist das noch nicht so lang her. Ja. Sind wir fair. Äh, ja. Hat deine Figur etwas mit Videospielen zu tun? Ja. Ja. Hast du deine Figur in der Schule getroffen? Nein. Wenn gleich die Frage nach dem Sex kommt, dann ist deine Figur schlank? Ja. Ja. Oh. Ich bekomme zwei Punkte. Okay, wer bist du? Äh, der Akinator hat geraten. Todd Howard, Spieleproduzent. Wer ist das? Warte mal kurz, das sagt mir was, das ist total peinlich, dass ich da noch kein Bild so habe. Aber, wir haben ja Wikipedia. Ah, okay, ich habe jetzt gesagt, war falsch und jetzt fragt er mich, an wen denkst du? Zur Auswahl standen Todd Howard, Chris Roberts und Mike Mohrheim. Aber er hat falsch geraten. Ja, aber er hat daneben gelegen. Wie wird ein Todd Howard geschrieben? Äh, Todd mit Doppel-D und dann Howard. Ich habe keine Ahnung, was er produziert hat. Ach, Bethesda. Das ist einer der Bethesda-Menschen. Gut, ich hätte schon gedacht, dass das Ding gelaufen ist. Ja. Aber damit steht es 2-2 und es wird alles auf die letzte Runde rauslaufen. Und du wolltest dir für die dritte Runde was anderes aufnehmen? Ja, das Problem, was ich gerade gesehen habe, der hat keinen Wikipedia-Eintrag. Oh. Und dementsprechend nehme ich was anderes in der dritten Runde. Damit fangen wir auch an. Und du überraschst mich jetzt. In Jana Jones. Ich wollte eigentlich Nathan Drake nehmen. Mhm. Videospielcharakter aus Drake, Uncharted. Mhm. Ist aber das Problem, hat keinen eigenen Wikipedia-Eintrag. Und deswegen nehme ich einfach Jana Jones. Finde ich auch gut. Okay. Wunderbar. Bin ich mit einverstanden. Äh, Frage 1. Also, falls es unentschieden nach dieser Runde steht, müssen wir uns beide spontan aus einer Kategorie, würde ich sagen, einen Charakter noch aushalten. Nur, falls es danach unentschieden steht, wie es jetzt gerade steht. Ja, hoffen wir mal nicht. Frage 1 für dich. Spricht deine Figur Deutsch? Ich würde sagen, nein. Doch. Auch wenn sie in dem... Doch. Echt? Also, nicht nur in synchronisierten Filmen, der Indiana Jones... Indiana Jones, der dritte Teil... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Indiana Jones einzelne Brocken-Sätze auf Deutsch kann. Ach, der hat ja einmal gegen die Nazis, die da irgendwas gekämpft haben. Der hat eigentlich immer mit den Nazis zu tun gehabt. Vor allem im ersten und im dritten Film. Dementsprechend würde ich sagen, eigentlich... Also, es ist aber halt nicht... Ich würde jetzt nicht sagen, fließend. Also, sein Vater... Sollen wir sagen, wahrscheinlich? Wahrscheinlich, ja. Ist deine Figur wirklich exist... Hat deine Figur wirklich existiert? Frage 2 ist ein Nein. Frage 3. Trägt deine Figur Schuhe? Ja. Meistens? Ja. Sag ja. Also... Ja. Ist deine Figur ein erwachsener Mann? Frage 4. Das ist so, ja. 5. Mach deine Figur Kämpfe. Ja. Ist das so gemeint, wie es... Ja, okay. Ja. Er kämpft. Ja. Also... Frage 6. Hat deine Figur dunkle Haare? Ich würde das als dunkel bezeichnen. Also, hell wäre er wahrscheinlich nur blond. Wie ist er denn in... Also, jetzt... Mittlerweile ist grau, klar. Mittlerweile ist grau. Damals war es braun. Ja, da ist Wikipedia auch gerade nicht so gut. Ja, aber eigentlich finde ich, er hat... Mit einem Kreuz in die Google-Bilder-Rufige in einem Moment. Weil der hat ja sehr oft auch einen Hut aufgehabt, das ist das Problem. Aber ich würde es jetzt... Ich würde es jetzt nicht unbedingt als... Als dunkel bezeichnen. Aber das ist aussich hell. Ja. Das ist halt so ein Misch. Sollen wir ihn wahrscheinlich geben? So ein Straßenküterblond. Ja, wahrscheinlich. Okay. Sag ich wahrscheinlich. Das war Frage 6. Frage 7. Ist deine Figur maskiert? Das ist ein Nein. Ja. Frage 8. Stammt deine Figur aus einem Videospiel? Sie stammt nicht daraus, ne? Wenn es Spiele gibt. Nee. Es gibt Spiele, ja. Aber... Aber ich würde wegen dem Stamm und Nein sagen. Frage 9. Das wäre so eine Frage, so Richtung Nathan Drake gewesen. Hm. Ist deine Figur der Hauptheld des Werkes, in dem sie vorkommt? Ja. Frage 10. Besitzt deine Figur den Führerschein? Ich gehe davon aus. Würde ich auch sagen. Frage 11. Hat deine Figur schon mal in einem James-Bond-Film mitgespielt? Oh. Nein. Also Indiana... Nee. Harrison Ford vielleicht. Aber Indiana Jones definiert. Frage 12. Hat deine Figur etwas mit einer Fernsehserie zu tun? Ich würde das nicht als Serie bezeichnen. Es gab mal die Abendkörle des jungen Indiana Jones. Aber das, würde ich sagen, ist ein bisschen zu abgewirkt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Wie viele in den 90ern? Nö. Fand ich damals ganz gut. Okay. Sagen wir ein... Wahrscheinlich. Nein oder wahrscheinlich nicht? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Nö, aber wirklich, du weißt es ja letztendlich, ne? Wir suchen eigentlich den Indiana Jones, den erwachsenden Indiana Jones. Also wahrscheinlich nicht oder nein? Ich würde sagen nein, weil es ist keine Serie, es sind halt mehrere Filme. Okay. Frage 13. Ist deine Figur durchs Kino bekannt? Ja. Frage 14. Kommt der Name deiner Figur in einem Filmtitel vor? Ja. Oder ein 3, das hier. Auch wenn es einen 4. Ich glaube, er hat es gleich. Frage 15. Trägt deine Figur oft einen Hut? Ja. Und wenn jetzt noch die peitsche Frage kommt, frag dann, hattest du schon Sex mit deiner Figur? Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt die Frage mit dem Sex. Frage 16. Ist deine Figur ein Entdeckungsreisender oder Abenteurer? Ja. Frage 17. Hat deine Figur lange Haare? Er kommt ja davon weg. Nach dem Hut, habe ich gesagt, er kommt drauf. Nein. Okay. Ist jetzt gelöst worden mit Ich habe recht. Das war Frage 17. Jetzt sage ich ihm noch. Du hast recht. Ich glaube, das gewinnt das ständig. Ich bin da so nicht sicher, denn ich habe mir ausgesucht, Peter Lustig, der Mann aus Löwenzahn, der einen Shitstorm abbekommen hat, weil er gesagt hat, er arbeitet nicht gerne mit Kindern, weil sie anstrengend sind, wo dann Leute gesagt haben, er hasst Kinder, was nicht der Fall war. Aber ja, ich bin älter, ich habe Löwenzahn geguckt. Du wahrscheinlich auch? Ja. Oder? Ja, natürlich. Wie hieß der? Herr Paschulke war der Nachbar? Ich glaube schon, ja. Hieß der doch Paschulke? Der Fette? Ja. Der gut beleibte? Ja. Ich glaube schon. Erste Frage ist direkt spannend, weil existiert da eine Figur wirklich? Ja, der hieß ja wirklich so. Also komplett dieser Peter-Fritz-Sillie-Lustig. Viele haben halt gedacht, ja, das ist so ein Künstlername, war lustig, ne, Kinder, nein, ne, der hieß so. Frage 2. Sprich deine Figur Deutsch? Jawohl. Ist deine Figur berühmt? Ja. Okay. Das finde ich immer... Ja, aber... Ist deine Figur... Ja, letztendlich sind alle berühmt, aber das ist halt diese CD-Promis, ne, die nicht mehr im Rampenlicht stehen. Ja, er ist ja tot, das kann er auch nicht mehr so wirklich im Rampenlicht stehen. Das passt zur Frage 4. Ist deine Figur älter als 40? Jawohl. Frage 5. Ist deine Figur bereits verstorben? Jawohl. Rate mal, was jetzt für eine Frage kommt. Bist du mit deiner Figur zur Schule gegangen? Nein. Frage 6. War deine Person verantwortlich für den Holocaust? Deutsch über Fett sind gut. Wahrscheinlich nicht. Nein, ich gebe ein Nein. Frage 7. Ist deine Figur in der Politik? Nein. Frage 8. War deine Figur schon Schauspieler? Jawohl. Er kommt in die richtige Richtung. Frage 9. Ist deine Figur eher dick? Der war immer total rankenstark. Frage 10. Hat deine Figur oft lustige Rollen gespielt? Ich würde sagen, auch wenn er Wissen vermittelt hat, es war Komik dabei. Es war ja schon unterhaltsam. Ja. War aber dann ja oder ein wahrscheinlich geben? Wahrscheinlich. Ja. Ja. Frage 11. Ist deine Figur in ganz Europa bekannt? Das würde ich verneinen. Der wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen in Österreich und Schweiz, aber in ganz Europa. Ja, in Österreich, aber das ist ja. Okay, ein Nein. Frage 12. Ist deine Figur größer als 1,80? Das wird Wikipedia nicht sagen, aber ich glaube, der war nicht so riesig, ne? Ich weiß es nicht. Ähm, ähm, die Frage ist wieder so vollkommen am, so was würden wir zum Beispiel, wer bin ich, selten fragen. Ja. Ja, ja. 1,75 m war wohl groß. 1,75 m war wohl groß. Äh, das müsste sogar auch in der Wikipedia drin stehen angeblich. Da habe ich es gerade eben nicht gesehen, aber wenn ich bei Google eingebe, Peter Lustig, Größe, wird ein Bild für den Mann gezeigt mit 1,75 m. Und ich weiß jetzt, dass Stefan Rapp 1,81 m und bei Spencer 1,92 m war. Gut, äh, ich habe gedacht, das wird auf ein Ich-Weiß-Nicht-Raus-Laufen, aber dann ist es ein Nein. Ja. Frage 13. Kämpft deine, kämpft deine Figur für die Energiewende? Nee. Ja, da war ja schon immer so ein bisschen Öko. Ja, da war so Öko, ne? Ja, und. Aber ist Kämpfen nicht so irgendwie ein Politiker, der sagt, jetzt hier erneuerbar? Ja, aber meiner Meinung nach hat er, hat er das als grundsätzliches Weltbild schon versucht zu vermitteln, weil er halt sparsam mit Strom sein soll und so und so. Okay, also ich, okay, ich privat würde dann sagen jetzt ein Wahrscheinlich, aber ich überlasse dir die finale Antwort. Nee, also wahrscheinlich reicht mir. Okay. Frage 14. Ist deine Figur bei Musical.ly mit dem Punkt dazwischen? Das ist diese Seite, das wäre mir neu. Ja, kenn ich nicht. Frage 15. Ich habe den Akina Thor besser in Erinnerung, weil er hat ja schon gefragt, ist deine Figur dick? Pipapo. Frage 15. Ist deine Figur übergewichtig? Nee. Oh, 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 scheiße. Was denn? Jetzt kommt Frage 16. Und die ist, lebt deine Figur in einem Wohnwagen? Ja. Also, darüber, wo du ihn kennst. Ja. Er hat erraten, mit einer Frage weniger als, was war nochmal dein letztes? 17. Indiana Jones, ja. Damit hat der Bacon mit einer Frage Vorsprung Akinator gewonnen. Der Bacon. Gute Peter. Was habe ich gesagt? Habe ich gesagt, der Peter? Was? Nee, das war eine ziemlich knappe Kiste. Und auch eine etwas leckere Folge. Wir danken uns aber für euer Interesse und sehen uns in der nächsten Challenge wieder. Bis dann. Bis dann.